Unser Wald, ein Ort der Ruhe und Erholung und auch wichtiger Bestandteil in unserem Ökosystem. Das Laubholzsägewerk ohne Muss fördert die nachhaltige Waldwirtschaft und produziert für den Holzhandel und die Möbelindustrie. Ob hochwertige Blockware oder Zuschnitte aus Holzarten wie Eiche, Buche, Esche, Ahorn oder Roteiche, das Laubholzsägewerk ohne Muss steht für Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017